Das High Heel Event ist ein Charity-Event. Wir haben Damen jeden Alters dabei. Wir sind nicht Alters begrenzt. Die jungen Damen, sage ich mal mit 20, die Damen, die mitten im Leben stehen, mit 30, 40. Die Damen, die sagen, gut, wir haben schon viel erlebt mit 50, 60, vereinen sich hier, vernetzen sich hier, lernen sich kennen und das macht echt nicht Spaß. Und gemeinsam Gutes tun für Damen. Das ist eigentlich so Stock for Good, der High Heel Event, der Hintergrund. Ich glaube, dass wir Frauen allgemein, wenn wir mal wegfahren, ob wir jetzt mit Partner oder ohne oder mal ein Mädelhunde wollen, brauchen sie einfach das Komplette, ein rundes Paket. Wir machen Catwalk-Training zusammen für viele ein neues Erlebnis, für andere eine Herausforderung. Zusammen Zumba erleben für eine Dame, die es noch nie erlebt hat, wie für mich zum Beispiel, ganz neue Themen. Und somit eben auch an die Grenzen zu gehen. Mit einem tollen Zumba-Trainer, der genau weiß, wie weit darf ich und kann ich bei den Damen mit brasilianischen und europäischen Elementen agieren. Stock Resort bietet für unsere Damen einen schönen Spa-Bereich. Saunalandschaft haben wir einen eigenen Bereich für nur Frauen. Es gibt auch den normalen gemischten Bereich, es gibt einen schönen Energieraum. Dann haben wir natürlich die Behandlungen, was schön zum Entspannen sind. Und zu einem schönen Urlaub, der hat auch oft ein schönes Glas Wein. Der letztendlich zum Namen führt. High Heel Event. Der Lea Hielinger ist nicht nur unser Weinlieferant, unser größter, sondern auch ein Freund des Hauses mittlerweile. Er kommt mit seiner Familie, mit seinen Kindern und er versorgt uns oder liefert uns auch wunderschöne und herrliche Weine. In Zusammenarbeit mit dem Daniel, mit unserem Sohn und da entstehen schon schöne Sachen. Wir vereinen Schokolade mit tollen Weinen. Wir küvetieren unseren Wein. Wir entwerfen letztendlich einen Damenwein und von diesem Damenwein eben hoffen wir, dass alle Damen genauso begeistert sind, wie wir, welchen ihn entworfen haben, mit einer strengen Schüttel. Ich glaube, es sind auch Damen, die kommen, um sich zu erholen. Die kommen einfach ein bisschen in Ruhe, ein schönes Buch zu lesen, sich verwöhnen zu lassen. Einfach mal so ein bisschen loslassen, hier ankommen, wie zu Hause sich fühlen. Oder das Ladl. Da gibt es ja auch schöne Tracht zum Kaufen, die haben wir mit dabei. Mit den Jahren dazu habe ich die Liebe zum Dirndl auch gefunden, zur Tracht, zu dem es passt zu uns. Wir sind das, auch ich selbst mittlerweile, Gott sei Dank, weil es einfach was Schönes ist, wie auch das Hotel was Besonderes ist. Es ist auch die Tracht. Eine Dame in einen schönen Dirndl, ob es lang oder kurz ist, das ist jeder natürlich selbst überlassen. Aber ein schönes, elegantes Dirndl kann man immer in überall anziehen. Wir haben im Ladl auch dann das ein oder andere Accessoires, welche es auch hier im Stock selber gibt. Das tolle Gelee, Mountstock Gelee oder auch den Rosé oder den White Wine dazu. Also immer wieder den Kreis finden. Das finde ich hier im Stock schön. Nichts ist gezwungen, alles kann, aber es muss nicht. Aber wenn man ganz bewusst leben will, kann man sich das aussuchen. Das fängt beim Frühstück an, bei der Wellnessjause, aber auch beim Abendessen. Und wenn Du dann aber ganz zum Schluss da sitzt und die Mischungen von allen nimmst, was da eigentlich rauskommt, ist der Wahnsinn. Und Du sagst, das sind wir und so haben wir es einfach gern. Und so kann jeder Gast auch das holen, was er gerne mag. Und jedes Wetter hat so sein Highlight bei uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020